Zum Aushöhnen 2020 nach dem Motto am Fasnetszeitstag abends um 9 Uhr tut man heinen. Liebe Männer, trotz Corona ist auch dieses Jahr so weit. Jetzt ist es rum durch Fasnetszeit. Zu zweit allein standen wir heute auf dem Brunnen, weil alle anderen dürfen heute kommen. Die Stuben fasnets ist wunderschön, so ist sie auch in eigenem Gewehr. Alle haben ihr Bestes gegeben, das muss man so nennen, weil keiner hätte es besser können. Die Beiträge und Videos waren alle wunderbar, doch eben nur auf dem Bildschirm digital. Darum tannt jetzt euer Sacktuch raus und heinen mit uns die Fasnets aus. Jetzt das letzte Mal den Narrenruf aus voller Kehler. Kiegerle, Heu, Pfanne, Made, Spritzer, Muck, Kettra, Kuche, Kroger, Dädle und Gretter, Reibach. Denn Eis ist gewiss und ist auch wach. Fasnet kommt auch wieder im nächsten Jahr. Ich wünsche mir bloß Eis für alle Zeit, dass es so ein Fasnet nicht mehr geht. Ich will mit allen Narren zusammen sein, ohne Abstand und nicht bloß da heu. Auf der Straße oder im Wurzhaus oder in der Halle. Das ist das, was mir da gefallen. Mein allergrößter Wunsch bleibt munter und auch gesund. Und hoffentlich ein narrisches Wiedersehen beim Landschaftstreffen 2022 in Kiegerlis Hause im nächsten Jahr mit einem großen Narrenschach. Kiegerle, Heu, Kiegerle, Kiegerle. Ich sage bloß Eis des Weges, ab sofort geht es wieder dagegen. Kiegerle, Kiegerle, Kiegerle.